Wie kann ich sehen, wer mich auf Snapchat hinzugefügt hat? Einige Benutzer möchten möglicherweise wissen, ob jemand sie zu ihrer Snapchat-Liste hinzugefügt hat, damit sie diese Person oder Personen zu ihrer eigenen Liste hinzufügen können. In Snapchat gibt es eine Funktion, mit der Personen zusätzlich zu der Anwendung selbst, die ihnen standardmäßig eine Benachrichtigung sendet, auch in der Anwendung sehen können, wer sie zu einem Mitglied ihrer Liste gemacht hat. Rufen sie dazu die Snapchat-Anwendung auf ihrem Telefon auf. Sie können diese Option oben auf der Seite sehen. Wenn dich jemand zu einem Mitglied seiner Liste gemacht hat, wird diese Option mit einer gelben Markierung darüber angezeigt. Zum Beispiel hat mich hier niemand zu seiner Liste hinzugefügt, also wird es kein Zeichen für mich geben. Wenn sie diesen Abschnitt betreten und dann auf Freunde hinzufügen klicken, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Natürlich sehen sie diese Benachrichtigung, wenn sie jemand zu seiner Freundesliste hinzugefügt hat. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Das Video hilft, es heilt die Abonnungsarbeit mit einem Schiff. Bis zum nächsten Mal.